Dekorationsladen. Wat? Ich kann nicht einkaufen, weil der wandert. Und dann lädt der hoch. Ich hab mich jetzt hier warten die ganze Zeit. Ich würd ja ühren, aber er lädt noch hoch. Schuidu schuidu. Ok jetzt können wir ihn kaufen. So eine Idee wahrscheinlich. Eine Lavalampe cool. Ein Wecker. Ein Poster. Regal Mario. So eine Lava Lampe. So. Lava Lampe ist da. Danke dass du das Video hochgeladen hast. Was ist das Ding? Bitte. Geh auf die Messe. Witzig unterhalten. Ok. Wann ist die Messe? Nach der Prüfung auf jeden Fall. Die ist auf jeden Fall nach der Prüfung. Ich muss jetzt erstmal schlafen. Dann gehen wir essen. Dann gehen wir arbeiten. Und wieder das da. Dann gehen wir lernen. Dann gehen wir auf jeden Fall nach. Es ist ein bis zu zweist. Ich habe keinen Grund. Ich habe keinen Grund dafür. Ich habe einen Absatz mit einem Kack-Tit. Ich habe ihn mit einem Kack-Tit. Ich habe ihn mit einem Kack-Tit. Ich habe ihn mit einem Kack-Tit. So, Voila, Christina will ich überhalten, ja gut, ausnahmsweise. Was ist das denn, wer hängt denn hier seine Wäsche in den Hof? Okay, so, Messer haben wir ja noch Zeit, jetzt machen wir nochmal Spiel, das haben wir ja gerade was geholt. Okay. 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 So, das passt ja hier direkt dahinter. Ja wieder Level ups, sehr schön hochladen. Dann gehen wir gleich schlafen, dann gehen wir wieder essen und dann gehen wir wieder so wir werden diesmal nicht arbeiten, wir haben zur Zeit ganz gut Geld. Einfach auf Verabschiedung. So ein Modus habe ich heute, ist klar. Sorry. Okay. 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 So. Okay. So. So, das Teil ist auch gerade fertig geworden mit Ränder. Können wir den hier mal wieder weitermachen. Aufrüsten nehmen wir gehen dann erstmal nochmal arbeiten und wenn wir so 2-300 haben würde ich sagen rüsten auf. Lustige Kritik. Ich verstehe das was mit den Karten hier am Anfang nicht so. Zusammenfassung des Spiels. So und jetzt? Level ausgestiegen, yeah! Lade mich schon mit Hinweis. Blöden Kommentar. Mein PC hört sich grisselig an. Ich glaube da macht bald die Hufe. Hier passt ja gar nichts. So rum. So rum. So rum. So passt's. Alles klar. Wir brauchen einen neuen PC. Der sieht nicht gut aus. Hä? So rum. 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 sehen. Das macht man ja zuerst, ne? Na, gefällt dir die Party? Oh, ja. Wie sieht die Leute hier so? Huh. Na, na, na. Bla, 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 bla. Bla, bla. Huh? 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 Um, bla, 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 bla... Huh? Uh? Die ist ja ganz schön sauer. 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 Die haben noch 30 Sekunden und müssen eh gehen. Sonst kommt Mama hierher und räumt auf. Ein bisschen rumhubsen hier. So, da ist auch die Zeit rum. Geht es wieder heim. Da kam auch schon wieder Kohle. Okay, habe ich es gesehen. Abgehakt. Dann haben wir Abonnent neu. Abgehakt. Und wir sehen schon wieder ab. Dann haben wir hier wieder einen Punkt. Was haben wir hier danach? Adverture Action, Grafik oder okay. Alles klar. Und wir gucken mal. Wir haben jetzt fast 200. Gehäuse. Kostet 250. Eieieiei. Eieieiei. Software. Ohja. Kopfhörer. Mikrofon. Webcam wäre natürlich sinnvoll. Maus. Monitor. Pistatur und Maus. So, jetzt haben wir erstmal drei neue Sachen. Kohle ist schon wieder weg. Bin ich gut. Jetzt warten wir, dass der Postmann kommt. Könnten eigentlich mal Zeit lernen. So. Bis dann alle Pakete da sind. Lernen wir. Die Glotze. Da kommt wieder das Tattoo. Und da kommt dann. Was die Maus. Mh. Smoking für Mann. Ne. Kann man es nicht leisten. Sorry. Ich stecke das Geld lieber in den Arsch. Ne, reicht noch ein. Ruhe über geschützte Smokingvision. Abspannen. Ist das jetzt schon die Messe? Ne. 10 Februar. Jetzt haben wir am 29. Am 13. ist die Prüfung. Da könnte man nochmal lernen. Vielleicht haben wir auch ein bisschen. Oder vielleicht kriegen wir da ein bisschen Geld noch von Arma. Wer weiß. Willst du dich unterhalten? Hm. Ne. Keine Zeit für sowas. Jetzt haben wir am 31. Das sieht auch super aus. Gut. Dann knallen wir uns gleich noch ein Video rein. Wir haben immer noch keine. Achso. Webcam ist das niedrig. Okay. Lieblinge, Kommentare. Geil. Das Spiel hängt sich auf. Oh. Super ey. Hätte man vielleicht auch anders mal gekennen. Hauptmenü. Boah. So ein geiles Hauptmenü habe ich noch nie gesehen. Zum Beispiel. Was? Fuchtstahl habe ich den gegeben? Na hätt ich das gewusst. Obwohl jetzt haben wir doch noch 36. Ist ok. Okay. Ähm. Da passt ja gar nichts. So passt wenigstens das noch. Da schieben wir das hier rüber. So. Halbwegs miteinander verbunden. Script. Tja. Und Interaktion. Neues Level. Videobearbeitung. Boah. Zwei neue Level. Alles klar. Du hast doch gute Videos machen. Aufnehmen. Hochladen. Ich würde das so schicken. Da kriegt man natürlich ein neues Spiel. Aber. Ich habe mir erst gesagt gerade keine Zeit dafür. So. Das haben wir auch abgehakt. Jetzt haben wir den 31. Januar. Und müssen in die Schule. Ich weiß nicht ob der das automatisch macht. Weil das ist eigentlich ein Pflichttermin. Hm. Da können wir uns ja einfach mal schlafen legen. Schlafen. Ach da Prüfung. Ja. Ausgezeichnet. Eine Eins. Oh. Und die dicke Mama wieder. Oh. Oh. 50 Euro kriegt. Äh Dollar. Super. Schon haben wir fast 200. Wir müssen erst mal essen. Und dann. Dann können wir auch gleich arbeiten. So, was haben wir hier? Prüfungstermin. Okay. Danach gehen wir lernen. Warte, erst ein Spiel wieder machen. Fast alles, gell? Okay. Erstmal machen wir wieder ein Spiel, dann gehen wir gleich noch mal lernen. Da haben wir noch die Karte. Zeit bevor das Spiel startet. So, machen wir mal einen lustigen Kommentar. Spieltutorial. Zusammenfassung des Spiels. Okay, das da hin. Das passt doch, das passt doch. Na gut, das letzte passt nicht so ganz. Alles klar, rendern. Videobearbeitung haben wir schon 10. Mal sehen. Ist schon ein echter Wahnsinn. So, okay. Dann gehen wir erst mal das Essen. Schnell schlafen. Und dann gehen wir lernen. Dann haben wir das auch. Wir gucken mal rein. Prüfungstermin. Sind wir noch ziemlich schlecht dran. 28. Februar. So viel Zeit haben wir auch noch nicht. Und dann lernen wir wie ein Beklopter mal nach Mamba. Dreimal. Wir haben keine Zeit. Wir müssen es für die Schule dann machen. Jetzt kommt wieder Meckermama. Ja, ich weiß. Deswegen geh ich auch. Tschüss. Deine ersten 100 Abonnenten möchte ich mich darauf geben. Willkommen heißen. Du hast deine E-Mail gelesen. Okay. Weiterlesen. Geschenkkarte 15 Euro. Yeah. Damit du ein wenig Werbung investierst. Alles klar. Bewerben. Reflink. Hashtag. Weitersagen. Kostet 25 Dollar übrigens. Ob sich das überhaupt lohnt. So. Jetzt nochmal gucken. Schule. Es wird langsam. Wir müssen lernen. Wir müssen aber lernen. Ganz dringend. Wir haben keine Zeit. Wir müssen für die Schule lernen. Ja. Und jetzt machen wir die Schule. Ich muss den. Weitere. Ich muss den. Wir müssen das nicht. Tschubidu schubidi, wir rennen wieder ein neues. So, und dann haben wir drei Pulte. So, Rennon. So, dann sage ich erstmal. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Machen wir an der Stelle mal einen Cut.